Der wagemutige Weltraumforscher Captain Olimar wird auf seiner Mission von einem Asteroiden getroffen. Oh nein, er stürzt auf einem fremden Planeten ab. Aber zum Glück gibt es dort die niedlichen Pikmin, kleine Helfer mit riesigen Kräften. Nutze ihre Fähigkeiten, um wieder nach Hause zu gelangen. Zerstöre und entferne Hindernisse. Besiege gigantische Gegner. Rote Pikmin sind stark und feuerfest. Blaue Pikmin können schwimmen und unter Wasser atmen. Gelbe Pikmin sind leicht und resistent gegen Strom. Felspikmin sind schwer und können Kristallwände zerstören. Flügelpikmin können fliegen und Gegenstände tragen. Gehe mit den Pikmin auf eine Abenteuerreise und teste jetzt die kostenlose Demo aus dem Nintendo eShop. Von HeyPikmin. Nur für die Nintendo 3DS-Familie. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung.